ja schöne musik abdänzen gib mir die beat ich sehe dich nicht hier oben drauf scheiße hier oben drauf ja ich sehe dich nicht du bist wieder unsichtbar siehst du auf dem musikblock ja hau ich dich doch die ganze zeit eigentlich um siehst du das hier auf dem blog wolle blockfolie ja das sehe ich ja gut ich sehe dich nicht noch einfach noch mal ein reload dann passt es wieder ich habe eigentlich gedacht dass sich dieser bug jetzt erledigt hat aber anscheinend ja nicht und es ist mich jetzt ist mich jetzt sie haben hier wie meine zweite sind hier drauf es sind die hin das macht ein hund hier drin hast du die Hunde losgelassen ich hab doch gar nix gemacht ich kann die Hunde ja nicht mal aufgelassen es kann ach so dann muss man mal die 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 weg in blunder und schlamm jetzt haben wir schon vier schaltplatten cool doch ich habe gerade gedacht wer ist denn das da sieht ja aus wie ich an der wand das ist das bild ja ich war nicht so blätter haben wir gut so auch mal schönes bauen kommt wenn man mal kurz mit nehmen wir mal kurz mit zimmer vielleicht mal so eine schöne heck auch nie guck mal hühnchen hühnchen ja ist doch gut das ist doch gut hühnchen in ruhe jetzt ist es tot ja nee das ist das ist hier noch auf und so geh von dem eisfeld weg sonst kenne ich nicht wirklich ja wie ein enderman ist hier da ist gar nix der ist unten im lager 100 pro 11 bam ja wo ist denn der willst du da weg der hat diesen gemacht und dann war gar nicht wieder nein ich wollte er den jetzt ist doch vor starke das haus ich glaub's nicht vor seiner haustür neuerster klatschen wahrscheinlich ich sehe sich so ein klingelungen für nur dass er blumen in der Hand es sind wohl das ja geht er werden kann ja blumen abbauen er kann alles abbauen glaube ich also ich habe ja mal du blödes zwei Karte jetzt wenn du da bist schweig 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 Das war's für heute. bis zu kurz ja wohl alles so eine kleine Hecke hin das Ziel keine Viecher mehr drauflaufen dann auch immer so ein Zaun hin klatschen fand ich ein bisschen durchs Leben noch nicht nur so eine Hecke damit sie sich die hierhin machen oder hier hier auf das Ziel auf das wo du dran stehst das sieht schön aus 2 4 4 Jürgen Stürz hat sie jetzt habe ich überall stein dabei Köln gut du kannst ja dann vielleicht schon mal vorgehen wo waren das nochmals Platz ach so ich habe ja nur die Koordinaten 406 63 minus 100 73 kannst du ja nie mehr schreiben wie denn den Wegpunkt Max und die Koordinaten bearbeitet Disco Musik also Waypoint und dann add ach so und was soll ich reinschreiben auf x ist was äh minus 406 warte minus 4 minus 406 und dann das nächste ähm Höhe 63 warte 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 63 und z minus 1000 137 äh 733 so da wären wir noch genug dabei äh exit 1300 mal was Meter von hier ne ungefähr ja 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 mehr ist es das war bei die andere Richtung Richtung dem Sonnending da drüben hm bei mir wird hier hinten angezeigt hä hab ich da einen Fehler gemacht versuch denn ab ich habe es wie das ist mehr dran bauen so dass sie doch gut aus hier haben wir zu so eine schöne hecke dran ich hoffe hier das gras wächst noch alles zu mit gras das gras wächst mit gras zu genau also ich renne dann mal schon mal die 1000 meter noch ein kilometer ich bin super sprinter wir können uns ja ein geschwindigkeitsdrang braun genau das wert ist für schon mal was und johannes ab vielleicht treffe ich ja in der wüste auf dem mpc dorf wenn ich glück habe es ging aber nicht durch die wüste es ging doch da dahin ging nötig lang verurscht mich doch nicht ich bin mir doch sicher sonst werde ich hier nicht langlaufen das wird falsch eingegeben x koordinat minus 406 y ist die höhe 63 ich habe mpc dorf gefunden bin ich gut ja vielleicht war es als wo wir schon waren mit 1073 es bieteste dann an du bietest 1 maragd für viel die redstone bist du behindert ne ich will ich nicht du willst 9 9 gebracht komisch 1 maragd 1 maragd fünf feilen in den letzten schädigischen die stetschen wie jetzt hey das aber ein sehr kleines mpc dorf das ist eine kirche und ein häuschen mehr ist es nicht ausplündern und anzünden ich verstehe warum wir stehen hier drin ständig irgendwelche Viecher spawnen im lager ich schaue ich schick das nicht alter naja ich nehme dann mal die erde mit warte t6 war mpc 1 geil der zombie greift die mpc an ich weiß so zum 16 plus eine ender perle als einen stack ender perlen haben wir jetzt geht ja nur bis 16 finde ich auch irgendwie sinnlos so eine stunde neun jahre geht noch ein bisschen was nebenbei erde mit kripp an headshot geben kripp an headshot geben und alles einsam nehmen wir mal erde mit so laub hatten wir da hinten blätter ok jetzt geht's halt ins wasser jetzt geht's richtung wasser und ich habe kein holz dabei so monster drop monster drop monster drop doch feine ich habe ich nur noch vier pfeile so das holz ablegen pfeile acht da habe ich ja noch ein stack ja komm dann machen wir pfeile die vier pfeile da hier ein monster drops rein kies in kies fleisch kommt mit war der server lacht heute das ist eklig ja das hat sich die ja das hat sich die kiste hier verpackt ist mir jetzt auch egal holzstöcke gehören in holz elektronische musik elektronische musik ähm hilfe 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 ich weiß nicht mehr was ich jetzt machen wollte so genau ich wollte ja mann mal nennen spiegelenk bedauern bedauern ja eine spiegelenk und ach der party hat geschrieben okay ähm ich kann es jetzt verraten vielleicht jetzt kommt bestimmt unser special gast ähm ich muss noch jetzt um ok kriegen dann haue ich in die konfigurern dann geht es hier los und ich bin ich mir den gleichen verkauft ist da und ich glaube der kann kein Koppelsturm mehr sehen warum er hat genug selber abgebaut obwohl einer geht noch ja einmal geht noch da ist der Zombie ähm schnell noch und schnell bevor noch zum Misskommen und da ich so eines geletzt mit dem ich mich nicht anlegen aber mit Zombie lege ich mich an okay und dann wünsche ich gar nicht gesehen verdämmt mit dann er wird nur der Spinner alle zogen um um die jetzt ist zu spät muss man also doch nicht ist doch nicht da zu früh gefordert es ist nicht um um Es hat so ein Wop gesetzt, der NPC1, okay. Aua. Wenn man mit Fallen abgeschossen wird, tut das vielleicht weh? Ach so, naja, dann. Ist ja nicht so schlimm. Ja, Starkiller, der kann wahrscheinlich nicht, weil er ja nicht auf dem Multiplayer spielen kann, weil wenn er auf dem Multiplayer geht, wird es nämlich sein Ding ab, sein Minecraft, ist auch irgendwie sinnlos. Ah, nee, braun was, braun. Guck ich mal, ach, ich teleportier mich einfach dran zu dir, ach, Zucker brauchen wir. Zucker. 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 Zucker.